So, herzlich willkommen zurück. Jetzt bin ich hier mal wieder am Start. Ische? Ische? Moment, du hast aber da was vergessen. Kopftuch. Hm, toll. Jetzt hab ich das wieder suchen. Was? Scheiß Grater. Was ist das so? Hab ich überhaupt zwischengespeichert irgendwann mal? Nein. Ganz genau. Ja, da haben wir es heute nochmal. Dankeschön. Spaß ist Spaß und... Alien ist Alien. Oder so ähnlich. Gut, dass wir sie von hinten haben kommen. Oh Mann. So, zweites und... Da. Okay, passt. Geht schon, geht schon, geht schon, Pashto. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Wir müssen ja... Probe immer durchzusprinten. So, jetzt hüpfe ich da oben hin und dann jag ich das Alien. Oder da lang, weil das Alien ist ja unten. Ich kann aber nicht. Kannst du nicht einfach durchsprinten? Das hab ich schon früher schon. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Ja, wir sind jetzt auf Schwierigkeit schwer. Das ist ein bisschen schwieriger. Vielleicht wird es jetzt sein. Scheiße. Das wird getriggert, sobald ich hier bin. Das man da auch nicht rein kann, finde ich scheiße. Hier? Ja. Tür verschlossen. Das findet sich... Haha, du kannst ja noch weniger als ich. Das ist ganz weit weg, jetzt kannst du eigentlich. Sprinten. Zwischenspeichern ist nicht, oder? Doch. Das funktioniert. Du musst es nur schaffen. Ja, genau. Das ist das Problem. Ja, jetzt kannst du weitergehen. Geh da hinten. Entweder nach links oder nach rechts. Ich glaube, es ist ganz weit weg. Es kommt von rechts. Schnell, lauf nach hinten unten. Da ist der nächste. Da ist es. So schön vorgekämpft und dann machst du sowas. Eigentlich hätte ich nicht rein dürfen. Du hättest einfach nach unten reingehen müssen. Unter das Ding. Unter das Bett. Jetzt kommt es da raus, oder? Ich glaube, aber hier hin läuft es eigentlich eher selten. Darf du es manchmal. Ausgehört? Da hast du einen ordentlich blöden Platz ausgesucht. Hm, das geht eigentlich. Weil wenn, dann würde ich vielleicht unter das Bett gehen, da. Hinter dir. Geht schon wieder. Das ist krass ist, aber es geht ja jetzt gerade mal, gell? Dass es trotzdem so schnell ist. Das war groß, ne? Da ist es. Da rechts. Jetzt läuft es aber irgendwie rein. Da unten schnell. Ja. Du bist eigentlich... Ja, da ist es jetzt wieder zurückgegangen. Geht hin. Jetzt läuft es da hinten rum, ja. Da links rum. Na, uh. Eigentlich müsste man ja der selben Schrittfolge geben, dass die das Alien geht, weil dann kannst du die nicht hören. So wie das trampelt. Mhm. Wenn ich... Wenn jetzt das angeschaltet wäre mit dem Mikrofon, könnte ich ein Arsch auch sein. Bäääh. Da hätt's dich. Jetzt glaubst du, warum es ausgeschaltet ist. Geht's dahinter und dann... Bleibt's da? Kommt's zurück oder es geht? Es geht ganz weg. Akku aufladen. Das war ganz lustigens, aber ich fand da irgendwie Outlast ein bisschen besser mit dem... Weglaufen. 1702 Karte und dann schnell laufen. Da nix rein. Da ist nix. Also wir haben uns ja in der letzten Folge angeschaut nochmal... In der Aufnahme, wie die Räume aussahen. Also welches waren. Das waren die A-29, die A-26 und C-21. Das waren die A-29. Wobei jetzt hier aber gar nicht abgebildet war bei den drei Räumen. Du musst erst verstecken oder da lang? Hä? Da kommst du her, oder? Oh, es kommt, es kommt. Hä? Du bist... Moment, du bist jetzt grad so reingegangen. Jetzt musst du da wieder raus. Ja genau, ich muss da raus und nach rechts. Ja, und du bist ja von da her gekommen. Wieso bist du nicht gleich nach links gegangen? Wenn du her gehst. Also... Nach unten, dann zur links. Hätte ich theoretisch gekonnt, aber dann muss ich ja nochmal zeigen, dass wir hier ja... Achso, man muss nochmal sehen, dass man da lang ist. Genau. Ich glaube, ist es nicht da? Ich weiß aber. Da hinten ist es. Ja genau, was sind eigentlich da hinten? Pff, nichts. Vielleicht sind da die Zielräume. Ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht geht's da in die Zielräume. Weiß auch nicht, was da ist. Da waren wir ja nicht dran. Ist zu gefährlich. Das fette Alien weiß ist. Ja, der fette Robert. Naja. Du stehst da rechts im Gang dran. Mhm. Jetzt kommt sie rein. Warte? Nee, es kommt nicht rein. Nein. Nö, nö, du konnt. Drück eh. Oh, da ist es ja. Sooo... Verstecken. Ja, genau dahinter, weil dann kannst du dich... Stütze dich nicht sehen. Mhm. Jetzt raus und drinnen. Ja, sicher. Wenn du willst, kann man schon schneller sein als ein Alien. Ich glaube, das ist sogar getriggert, dass das dann da kommt. Ja, ja. Dann kannst du rechts und noch was einsammeln schnell. Hab ich doch schon. Echt? Ja, ja. Jetzt kannst... Nein, nevermind. Von wegen. Was der das erstmal nicht macht, gell? Ahn, ahn. Da war nix. Ahmsch! Das war nix. Huuu... Irgendwas runter kann ihn nicht hin, oder so. Ganz zufällig. Also es ist keiner da, ne? Schleite mal, du scheißweg! Aber zum Thema... ja, weil es kann wirklich mal einfach mal sowas umfallen, was jahrelang einfach so dasteht. Hatte ich zum Beispiel bei mir im Zimmer... ...so ne... so ne Trophäe vom... ...von dem Turnier. Die steht sehr, sehr wackelig. Die ganze Zeit immer so... ...in ganz leichten Winkel hinzu. Auf einmal in der Mitte der Nacht ist irgendwann mal umgefallen. Ohne Grund, weil es nicht ganz weit wegsteht. Da komm ich gar nicht hin. Am anderen in deinem Zimmer. Es fällt einfach ohne Grund um. Na, was macht's jetzt? Komm, entscheid dich! Nichts, es geht weg. Es geht einfach nur um. Rechts! Jetzt sprinten! Ja, so hab ich's auch gemacht. Was ist eigentlich in den Räumen? Keine Ahnung! Ganz, äh, warte mal kurz. Guck mal auf die Karte. Guck mal auf die Karte. Irgendwo links ist da noch ein Update da. Nein, da ist er. Schau schnell auf die Karte. Du musst in... Ah, weg. 29 und 26. Genau. Also du musst jetzt gleich... Ich würd zuerst 29 nehmen. Ja, das ist gleich am Sack. Ja. Deswegen nehm ich das gleich. Ich glaub da war ich auch drin. Nein. Äh, warte kurz. Du konntest noch da die Neuverkabelung machen. Ah. Und links... Warte. Ach, und im anderen Raum, wo wir waren, war also nix, oder wie? Da kannst du irgendwas aktivieren. Bei dem Bildschirm. Und die Neuverkabelung kannst du einschalten. Jep. Los, mach. Der ist im anderen Raum. Ja, Siki. Der ist draußen im Gang. Ja, geh halt doch mal schnell dahin. Zu dem Bildschirm. Dem da? Ja, da kannst du mich glaub ich eh drücken. Mach's mal. Ja, dann geht der Bildschirm aus. Ja, und dann? Ja, dann nix. Ja, wofür kann man's denn machen? Gute Ahnung. Hm, toll. Wow. Schurke. Vielleicht kann man's dadurch ein bisschen ablenken. Wenn's da drin ist, sieht's sich dann nicht dran nicht. Wenn's da drin ist, sieht's sich dann nicht dran nicht. Ja, ja, es geht dann in dem Raum rein, wo du drin warst. Scheiße. Ja, genau. Ja, jetzt ist wieder unten drin. Ist hier so'n Ding drin? Boah, Gott sei Dank. Äh, nö. Jetzt wär natürlich bitter. Ja, jetzt hat sich gebeamt. Yes, jetzt ist es durch die Tunnel weggegangen. Mach aus. Benutzen. Habe ich doch gedrückt? Toll. Ist jetzt gar nichts. Biipu-bubu-bipu-bap-bap. Dass das Ding so langsam ist, gell. Luftreinigung aus. Analyse zugriff. Ein, Luftreinigung aus. Okay. Wo ist das? Ah, du, das ist das. So, ich glaub du kannst... Da ist noch was drin. Den... Feigling! Ja, Lüftungsschachten noch, oder? Mhm. Das ist wieder weg. Ja. Steht's davor. Nee, da kannst du noch was gucken. Ja, ich weiß. Schrott. Ist doch krass. Das ist, glaube ich, grad rausgegangen. Naja, auf jeden Fall. Ich soll jetzt wieder einen zurück. Achso, also wir sind im Raum, wo ich was anderes gefunden hab. Nichts, oder wie? Anscheinend nicht. Irgendwo war nämlich nur ne Schlüsselkarte. Die du eventuell brauchst. Ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Naja, also für die Hauptquests brauch ich's auf jeden Fall nicht. Da muss ich wieder zu ihm zurückkehren. Ja, aber was gibt's denn für Nebenaufgaben? Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht gibt's da irgendwas zu finden, was praktisch ist oder so. Ich frag ich's nur, ob man's riskiert. Nö. Man findet auch so genug. Eben. Ich kann jetzt auch geradeaus direkt durch. Mhm. Einfach geradeaus durch, dann kann ich... Achso, und dadurch geht's nicht. Aber ist das grad irgendwo wieder rausgekommen? Achso, und dadurch geht's nicht. Einfach nach hinten wär... hinten wär auch gegangen. Oder wärst du mich da unten reingelatscht? Geht das? Du musst eigentlich gehen, ja. Was? Wichser, der ist jetzt in diesem O2-Lager. Er braucht Zauberstoff! Junge. Ich brauche Zeug! Mhm. Geh schon weg vor der Tür, du Arsch! Schmeiß irgendwas hin! Jetzt geht er hinten in den Gange rein. Drück mal links... Nee, in das Sauerstofflager geht er rein. Wichser! Machen wir einen Linksklick. Machen wir einen Linksklick, dann haust du durch den Wagenheber und machst Geräusche. Mhm, danke. Lass dich aufmerksam machen. Genau das, was ich... Da gibst du der Leiche den Wagenheber und dann weißt du, Elin, aha, das hat zugeschlagen. Ja, genau! Da klappst du ab. Die Leiche, der Faulgase und so, ist ja ganz normal, dass sich das da noch bissl bewegt. Mhm. Komisch, leichte, du Wichser! So, mit so viel Gewalt, dass du richtig rumst. Ich glaub, du kannst schon raus. Du musst ja so ein bisschen nach rechts schauen. Ja. Was ist jetzt da hin? Du musst jetzt... Du musst jetzt... Du musst eigentlich... Äh, eigentlich nur da... ...gegenüber hin. Neun Uhr. Es macht seine Kreise. Mhm. Sau blöd, dass es nicht andersrum funktioniert, die Notfallentriegelung. Klick. Das wurde eigentlich so, dann weiß es, dass ich da drin bin. Campen ist nicht. Und dann sagt das Alien draußen, ich geh jetzt weeeeg. Ich such dich woanders. Ja. Oh, ich glaub, ich hab da hinten was gehört. Was ist eigentlich weg? Oder ist es gleich wieder rausgehebt? Das macht's nämlich manchmal. Hüpft in die Schächte und dann wieder raus. Und dann denkst du so, ah ja, ist ja weg. Und dann bumm. Wichser. Äh. Das ist ein Schächte, jetzt kannst du raus. Ja, ja, jetzt... Ah, Sixen. Ding. Greif zu! Ich bin ein Mann. Ich kann das. Du bist kein Mann. Ich könnte selber lesen. Ist das eigentlich während der... Genau, während der sind ja nix angehalten, gell? Ja. Da ist noch was. Wichser. Ja doch, du kannst doch, oder? Gerät und... Geht doch. Da ist nix, glaub ich. Ja, da ist keiner. Ah, ist es weg. Jetzt wird's aber lustig. Ah, ich war ja schon gleich da. Das war jetzt saulustig. Ich spür, könnte das nicht. Das biep 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 biep. Weil das wär bitter. Wo bist du jetzt eigentlich? Da. Bist du dann rechts? Genau, die Frage ist, wo geht jetzt das Ding hier rechts hin? Rechts ist nämlich wieder so ein Kreisschließding. Hä? Aber das benutze ich nicht, oder? Da, schau. Kann es in den... Kann es in den... Es kürzt wahrscheinlich darüber ab. Kann es... Und ein paar anderem, ja. Ja, es kann da rein. Aber jetzt am Anfang tut es das, glaub ich, noch nicht. Aber ich glaub, ich komm einfach nur da rein, dann. Ich weiß nicht, ob da... Na, da bin ich mir nicht sicher. Weil ich war da... Oder ich komm da rein. Das kann nämlich auch sein. Das ist nämlich Schwachsinn. Ja, weil wir wissen ja, wo's lang geht. Sprinten! Das Elen ist nicht da. Noch nicht. Hier hast du irgendwo gepiepst. Ja, jetzt kümmer's auf. Nee, Speicherpiepst. Was haben wir beobacht? Da kann man speichern. Schnell renn hin. Ja, Siggi. Sogar nicht mehr gefahren, ach cool. Zum... Zum ganz bestimmten Zeitpunkt kann man gar nicht speichern, gell? Was? Wenn das Elen zu nahe ist, dann kann man, glaub ich, gar nichts speichern. Ja, ja. Jetzt, glaub ich, ist es wieder irgendwo das Elen. Wo muss ich jetzt hin? Ich glaub, ich muss jetzt da... Rechts wieder zurück. Ja, aber da ist doch zu. Wie, da ist doch zu. Ich muss ja wieder da vorne hin, wo ich herkomm. Ja, aber da ist doch ein Kreuz, wo du doch rein willst. Ach so. Stimmt. Hm. Da rechts ist aber auch ein Kreuz. Hm. 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 Du musst vielleicht doch die Ausweiskarte, die ich gefunden hab, musst du vielleicht holen. Vielleicht musst du doch die Ausweiskarte holen. Die ich gefunden hab. Ja. Oh, oh. Schau mal hin auf. Ja. Oh, oh, oh. Huh, ist wieder raus. Es ist da hinten noch. Hm. Jetzt ist weg. Hm. So, wie komm ich denn jetzt da hinten zurück? Ich glaub, du brauchst die Ausweiskarte, die ich gefunden hab, um irgendwie eine Tür aufzubauen. Ja, aber da war ja nix zu. Da ungefähr ist das Alien da rausgekommen und da ist ja... Da ist ja nix. Warum ist da jetzt ein Kreuz? Ist doch Blödsinn. Da kam ich doch vorhin auch durch. Ja, aber du musst eh links rum. Und da kommst du ja her. Oder die Ausweiskarte kam benutzt werden. Ne, das hat ja auch nicht funktioniert. Hm. Muss ich dann mal schauen. Auf jeden Fall hab ich jetzt geschweichert. Schau mal, ob du durchkommst. Ja, schau mal, ob du durchkommst. Weg ist es. Von wegen. Ich glaub, das findet dich so. Ach. Was soll ich sonst machen? Weiß nicht, ich dreh dich im Kreis. Es läuft da lang. Geh halt auf. Sieh mich nicht, sieh mich nicht, sieh mich nicht. Geh halt raus. Was? Gehst du nicht. Oh. Schau mal schnell nach links. Nach links. Ja, da ist doch nix. Ja, da ist. Hä? Aber da glaub ich, ging's doch nicht zurück. Doch, da ging's zurück. Bloß da hast du eine Ausweiskarte. Da war das Gerät unzureichend. Du musst nach rechts. Wo geht's lang? Links, rechts. Rechts! Wieso nach rechts? Da kommst du... Da kommst du... Da kommst du doch insgesamt her. Nee. Doch. Von da kommst du doch. Links, da war doch das Tor, wo das Gerät unzureichend war. Ah, da ist jetzt zu. Da kam auch vorher nicht durch. Aber da wo zu war, ist nicht zu. Das weiß ich. Äh, so findet dich das. Da ist ne Karte. Wenn du die vielleicht mal anschaust... Und lässt den kommen. Ja, da hinten muss ich da wahrscheinlich rein. Da sind wahrscheinlich auch die C-Räume. Mhm. Ja. 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 Da ist ja gar nicht durch, oder? In der Regel ist das so, ja. Aber ich komm... Na, das geht zu ihm, gell? Hier war ich vorher. Das ist... Da ist das Fenster. Ja, genau. Da muss ich da wieder zustimmen. Da ist aber ein X. Und schau... Ein X rechts, ja? Das da. Nein, ein... Hä? Ne, doch nochmal links. Das da. Das da. Da kam aber eigentlich durch, weil da ist kein Tor. Ja, ja. Aber da links, äh, rechts, wenn du nach rechts gehst, wo es durchgehen würde, zum Coolman, da war ein Tor, wo das Gerät unzurechtend war. Ja, ja. Da müsste eigentlich... Eigentlich müsste es X da sein. Ja, genau. Macht Sinn, irgendwie die Bewegungsmittel anzuschalten, wenn man es genau durchs Fenster sieht. Schocker. Ich auch. Lustig, es bewegt sich immer genau da, wo du dich umbewegst. Oh, oh, oh. Aber es kann mich nicht finden. Kommt's da überhaupt durch? Es ist da grad mal wieder raus. Der Leertaste? Das Lustige wäre ja, wenn es jetzt so wäre. Ich liege ja hier drunter und, äh, oft ist es ja so bei Call of Duty oder so was, dass die Beine ja quasi hinten durchschauen würden. Ach so. Wenn man so aus der Alien-Perspektive sehen würde, so die Beine so... Zappel, zappel. Durch das Ding halt durch. Wenn du bis zum Beruhigungsraum gehst... Na, ich dachte, ich bin im Beruhigungsraum. Na, da geht's so weit links raus, oder? Nein, nein, das ist der Beruhigungsraum. Ach so, das ist er. Ich muss mal schauen, wie du rauskommst. Da war irgendwas. Also irgendwas war hier. Das weiß ich nicht. Rausweiß konnte. Kann sein. Beweg dich. Oder ich war zumindest auf jeden Fall hier drin. Ja, jetzt auch. Mhm. Mach, mach'n aus, okay? Ja, passt. Irgendwas... hat hier gepiept für irgendwas. Jetzt geh' weiter rauf. Ja, das sind die Geräte. Das sind die Geräte. Das passt schon. Steh' auf. Geht schon wieder. Hm. Hier ist aber nix. F. Ah, das würd ich schon sehen, wenn hier was wär. Ja, das ist ja für nichts der Raum. Hm? Dann war ich hier aus Versteckgründen. Dann geh' mal... Ja, dann schau' mal, wo es jetzt weiter geht. Hm. Vielleicht muss ich da irgendwie rein. Vielleicht komm' ich von da oben da rein. Dafür bräuchst du aber schon hier Aus... äh... Ausweiskarte. Nee, für da bräuchte Ausweiskarte. Aber wenn ich hier drüber reingehe. Ja, du musst aber da dann ganz durch. Nee, das ist ja auch Blödsinn. Das ist die... äh... das ist das Tor, was für immer verschlossen ist. Das da? Nein. Das X, wo du durch musst. Ja. Das war verschlossen, das weiß ich. Genau. Du musst dann links... an dem X musst du durch. An dem da meinst du? Ja. Ja, ja. Ja, dann geh' halt mal da hin. Ja, 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 gleich, wenn das Viech mal weg ist. Wenn ich kurz gilt hätte, wär' ich da schon dreimal durch. Ja, Sigi, wär's schon zweimal draufgegangen. Mir doch wurscht. Aber ich wär dreimal durch. Nö. Okay, okay, einmal. Komm, geh' weiter, geh' einfach weiter. Ja. Jetzt... Jetzt geh' ... Ah, da flackt da oben was. Ja, Leuchtfackel, den kannst du nicht aufnehmen. Puh! Scheiß Fich. Lässt sich nicht mehr raus. Mhm. Bullshit. Jetzt geht's wieder. Geht schon wieder. Musst du zu dem herlaufen. Immer am Rücken entlang. Jetzt geht's weg. Mhm. Fichser. Ja, es läuft links entlang. An der Scheibe. Links rum und dann nochmal links, glaub' ich. Mhm. Mhm. Ja. W- Uiuiuiuiuiui. Uuuuh. Wuhuhuhu. Scheiße! Scheiße. Feigling, feigling, fick dich! Fick dich! Tauschen? Gute Idee, weil wir haben eh jetzt schon 24 Minuten. Ich möchte dich dran erinnern, du hast eh gespeichert, also ist wurscht. Kann ich auch gleich neu laden. Was ist denn, wenn es dich da sieht und du gehst dann wieder unten rein? Findest du das dann so richtig? Ja. Ha, denk dich. Im Schacht. Im Schacht! Ja. Heißt aber keineswegs, dass ich sicher bin. Der Schacht auch nicht. Die überall Schichte. Jetzt aber, komm. Ist im Schacht drin. Müsste. Da kannst du aber nicht raus. Da ist klar. Da war irgendwann Ausgang. Drück mal schnell Tab. Ja, von wegen zu, da ist doch offen. Das ist für Bullshit. Ach, das ist für die... ...den Ding ist das gewesen, für den Schacht. Ja. Jetzt lauf! Sprinten! Hm. Ne. Nicht das so. Das ist der Tod der Coolman, oder? Verdammt Coolman! Sie wussten, dass dieses Ding hier ist! Das ist unfair! Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode! 1702! Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen! Natürlich, natürlich! Versprochen ist versprochen! Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten! Ich gehe in den anderen Raum... ...und gebe den Code ein, um sich nicht zu aktivieren! Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren! Jetzt tötet's ihn aber, oder? Oh, oh! Das tötet ihn doch, oder? Achso, das wäre ja... Jetzt ist es S! Jetzt muss ich da links durch, oder? Nein! Du musst speichern! Und dann müssen wir wechseln! Ja! Genau! Das mache ich das erste Mal! So! So, jetzt darfst du wieder Sprinten gehen! Dann zum nächsten Mal wieder! Tschüss! Wenn's wieder heißt, Extremberger? Nee! Nein! Tschüss!